Wir wollen heute mal über das norwegische Wasserstoffunternehmen Nell Asa sprechen. Das nehmen wir mal etwas leer unter die Lupe. Wissen, Fakten und Analysen und zum Schluss wieder eine Chartanalyse natürlich. Okay und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. So, Disclaimer muss leider sein. Es handelt sich bei den folgenden Ausführungen um keinerlei Handels- oder Kaufempfehlungen. Dieses Video dient ausschließlich Ausbildungs- und Lehrzwecken und der Auto ist nicht in Nell Asa investiert. Ja, aber vielleicht bald, ja. Vielleicht werde ich es bald mal machen, weil das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dieser, in Anführungsstrichen, Laden. Ja, dieser Wasserstoffladen. Okay, etwas Wissen und Fakten vorab. So, wo liegt denn überhaupt Oslo? Ja, Oslo liegt natürlich irgendwo hier in Norwegen. Ja, da genau. Und hier ist Schweden und da ist Finnland und hier ist Deutschland und hier ist England, um das mal etwas zu verorten. Und da liegt also das schöne Unternehmen Nell Asa. Ja, wir gucken mal in Wikipedia kurz, ja. Wikipedia Nell Asa ist ein global operierendes norwegisches Unternehmen mit Sitz in Oslo, das Lösungen für die Herstellung von Wasserstoff aus elektrischer Energie sowie dessen Speicherung und Verteilung liefert. Also, Herstellung, ja, Speicherung und Verteilung. In diesen drei Segmenten, also das ist im Grunde die gesamte Wertkette, ja. Ja, Herstellung, Speichern und dann abverkaufen, ja. Das ist im Grunde alles. Das alles macht Nell Asa, ja. Ist also ziemlich breit aufgestellt, ja. So, das Unternehmen ist im OBX-Index der Börse Oslo gelistet. Also, das Ding, in Nell Asa kann man so ziemlich an allen größeren Börsen handeln, ja. Das ist gar kein Problem. Hier Rechtsform, das ist jetzt hier, was heißt das denn hier? Das kann ich jetzt gar nicht lesen, ja. Ja, das ist, glaube ich, norwegisch, ja. Das heißt wohl irgendwie Aktiengesellschaft, ja. Allmänner Xiels Cup, ja. Das heißt Aktiengesellschaft, liebe Leute. Und gegründet wurde es 1927 in Oslo, ja. Leitung von John-André Locke. Ich hoffe, der heißt so, ja, Locke. Mitarbeiterzahl 310, ja. Also, das ist jetzt nicht so ein wahnsinnsgroßes Unternehmen, ja. 310, das ist relativ übersichtlich, ja. Umsatz 370 Millionen NOK. NOK, das sind norwegische Kronen, ja. 10 norwegische Kronen sind circa 1 Euro. Sehen wir aber nachher noch alles viel genauer, ja. Branche Anlagenbau. Okay, also 1927 gegründet. Also schon ziemlich alt, dieses Unternehmen, ja. Das ist also jetzt kein irgendwie so ein neu aus dem Boden gestampftes Unternehmen, sondern das ist schon hier fast 100 Jahre alt, ja. Also hallo, ja. Und im Oktober 2014 unterzeichnete der Pharmakonzern Diagenik Asa eine Absichtserklärung, die Firma Nell Hydrogen AS zu kaufen, welche die norwegische Finanzaufsichtsbehörde genehmigte. Okay, also Diagenik erwarb dann also 100% von diesen Nell-Aktien, ja, und wurde dann irgendwie an der Börse wieder platziert, ja. Und dann resultierte daraus eben die Firma Nell Asa, ja, die hierauf schnell an die Osloer Börse gebracht werden konnte. So, im August 2021 stellt Nell Asa die erste vollautomatische Fabrik zur Herstellung von Elektrolyseuren in Hair Royal fertig, das ist wohl auch offenbar irgendwo in Norwegen, schätze ich mal, ja. An der, an der drei Jahre intensiv geplant und gebaut wurde. Okay, also wer Lust hat, der kann sich hier nochmal, kann das nochmal ein bisschen weiterlesen, ja. Da steht noch ein bisschen was, ja. Alles sehr, sehr interessant. Wir gucken jetzt mal in den, ähm, wir gucken mal auf die, auf die Seite von Nell, ja, auf die, auf die Webseite. Da kommen wir dann letztendlich irgendwo auf, auf dieses Ding hier, ja. Und, äh, das ist alles sehr, sehr schön gemacht, finde ich, ja. Und da kann man jetzt mal hier auf, äh, so in der Sparte erbaut, mal auf, hier auf Nell tippen, ja. Dann kommt man hier hin. So, und jetzt, jetzt finden wir hier, und da möchte ich jetzt mal etwas näher, ja, aber nur ein bisschen, ja. Also nicht allzu, nicht allzu, äh, breit und, äh, breit geklopft, sage ich mal, ja. Aber ich möchte mal ein bisschen auf diese sogenannten Soft Facts mal eingehen, ja, auf die Soft Facts. Weil wir sprechen immer nur über Zahlen, 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 ja. Und jetzt sprechen wir mal über, über ein paar weichere, also Soft Facts, ja. So Werte, ja, Einstellungen, Motivationen, Visionen und sowas, ja. Das ist ja auch mal ganz, ganz interessant. Und ich finde auch mindestens, mindestens genauso wichtig, wie das ganze Zahlenmaterial, ja. Ein, also auf jeden Fall, da bin ich ganz klar davon überzeugt, liebe Leute, ja. So, hier findet man hier eben die Vision, ja, die gucken wir uns aber gleich nochmal näher an. Die Vision steht dann hier, dann steht hier die Mission und hier stehen dann die Values und dann hier noch ein Commitment und dann Honesty und Boldness, ja. Also, das ist doch alles hier, finde ich, sehr, sehr schön gemacht und perfekt, ja. Das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Das ist wie in einem, in einem Lehrbuch zur BWL, ja, BWL für Fortgeschrittene, würde ich sagen, ja. Nur, was das hier soll, das verstehe ich jetzt nicht, weil das hier, das hat irgendwo keine, da steht nirgends was drin, ja, und das sind alles leere Felder hier. Also, damit kann ich jetzt leider nicht ganz viel anfangen, ja. Zwar, hier steht Timeline, ja, fängt dann hier über 1927 an, aber überall hat man hier so weiße, leere Kästchen, nichts Anklickbares, nichts Verwertbares, ja. Okay, also, das ist, das ist wohl noch in der Erstellung, ja, das schätze ich mal so, hoffe ich, ja. Dann hat man hier den, den, den Locke, das ist der Chef, ja, er hier und dann hat man hier noch diverse andere Chief Financial Officer, Chief Technical Officer und weiß der Teufel was alles hier noch, ja. Und dann ist hier, glaube ich, auch in dem ganzen Laden ist hier eine einzige Frau, ja, und das ist natürlich HR, das ist Human Resources, ja, das ist hier eine Frau, ansonsten haben wir hier acht Männer, ja, also auch in einem Männerclub, sozusagen, ja. Okay, und dann kann man noch, das habe ich hier auch gemacht, ja, dann kann man jetzt hier noch auf, geht man auf hier Menü, ja, und dann geht man hier auf, wo ist es jetzt hier, Resources, Investor Relations, hier, ja, Investor Relations, und dann geht man hier auf Reports and Presentations, ja, und dann kann man hier unter diesem Punkt hier, Reports and Presentations, kann man, kommt man dann auf diesen Annual Report, ja, das ist der 2020 Annual Report, ja, und da habe ich dann eben meine wesentlichen Informationen auch rausgelesen, ja, der ist relativ schön gemacht, ich habe schon ein schönere gesehen, ja, es ist ein bisschen viel hier, hier geschrieben und ein bisschen wenig Bilder, aber das hier zum Beispiel ist ein sehr schönes Bild, ja, also was das jetzt hier genau ist, weiß ich nicht, ich schätze mal, das hat irgendwas mit Wasserstoff zu tun, ja, aber hier hat man eben die ganze Unternehmensgeschichte nochmal aufgemalt, ja, von 1927 beginnend, ja, und dann hier schön in so einem Viertelkreis hier bis 2020 eben die wichtigsten Stationen hier aufgemalt, das finde ich ganz witzig gemacht, ja, sieht ganz gut aus, kann man so machen, ja, und dann hier nochmal so ein paar so schöne Zeichnungen, ja, damit auch jeder, 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 ich sag mal in Anführungsstrichen Heini weiß, was gemeint ist, ja, mit Wasserstoff, ja, wie das hier alles, wie hier das Ganze hier so abgeht, ja, also, das ist jetzt aber nicht despektierlich gemeint, ja, es ist, es ist, also Wasserstoff, das Thema Wasserstoff ist jetzt nicht das Einfachste überhaupt, ja, es ist aber auch nicht das Schwierigste, ja, ich würde sagen, so Mittel, Mittel, ja, so, hier findet man dann ein paar Zahlen, ja, so sogenannte Hard Facts, ja, okay, und das kann man sich dann eben alles mal schön anschauen, ja, das Ding, das hat 124 Seiten, das hat man relativ schnell durchgelesen, ja, da muss man nicht alles lesen, so, hier ist mal so eine Fabrik hier, das ist natürlich jetzt alles nichts Besonderes, ja, das muss man sich jetzt nicht großartig hier angucken, aber das zum Beispiel, ja, das ist ein Dispenser, ja, ein Wasserstoffdispenser, eine Tankstelle, eine Zapfsäule sozusagen, ja, das sieht doch ganz nett aus, ja, das sieht doch ganz nett aus, also ich hätte natürlich da immer so ein bisschen Bedenken, dass der Wasserstoff, keine Ahnung, also, dass der sich verflüchtigt oder so, ja, oder irgendwie explodiert vielleicht, ja, das klingt so ein bisschen gefährlich, Wasserstoff, ja, ich muss da mal an Wasserstoffbombe denken, ja, zweiter Weltquick, ja, Nagasaki, nee, also, Spaß beiseite, beziehungsweise, das ist eigentlich überhaupt gar kein Spaß, Entschuldigung, ja, also, das ist natürlich alles sehr ernst, ja, also, ich hätte beim Wasserstoff tanken, weiß ich nicht, ich würde es gerne mal machen, ja, mal ausprobieren, ja, aber ich hätte ein paar Bedenken, hätte ich schon, ja, so, auf jeden Fall kann man das hier alles sehr schön durchlesen, so, jetzt wollen wir mal weitermachen, So, wir wollten jetzt hier über mal sprechen über die Hard Facts und Soft Facts, ja, also, Hard Facts, das sind also die sichtbaren Aspekte einer Organisation, ja, wie zum Beispiel Ziele, Technologie, Strukturen, Zahlen, Daten und Fakten, ja, das, worüber wir meistens immer hier sprechen, ja, und Soft Facts, das sind eben die unsichtbaren Aspekte, die das Leben in einer Organisation mitbestimmen, wie beispielsweise Einstellungen, Werte, Gefühle, Gruppennormen, Beziehungen, sie werden oft als weiche Faktoren bezeichnet, weil sie nur schwer greifbar sind, ja, also, man kann, die Soft Facts, die kann man eben schlecht messen, ja, Hard Facts kann man messen, Soft Facts kann man nur ganz, ganz schlecht messen, also, mit Umfragen vielleicht oder irgendwelchen Bewertungen, ja, aber schlecht in Zahlen, ja, man kann es nicht richtig greifen, ja, so, schauen wir uns doch mal das an, ja, also, da stand also jetzt Vision, ja, Also, das ist das am häufigsten vorkommende Material, scheinbar, ja, im Universum, ja, Wasserstoff, und, ähm, das ist jetzt, das ist jetzt die Vision, ja, Empowering Generations with Clean Energy Forever, hier habe ich es nochmal hingeschrieben, ja, das ist jetzt die große Vision von Nell Asa, ja, das ist ihre Vision, ja, Helmut Schmidt hat mal gesagt, oder ich, oder war es Franz Josef Strauß, weiß ich nicht mehr, wer Visionen hat, der soll zum, soll zum Doktor gehen, ja, also irgendein ganz bekannter Politiker hat das mal gesagt, Okay, aber ich sage mal, moderne Unternehmen, die haben natürlich Visionen, ja, also jeder, jeder Mensch müsste eigentlich eine Vision haben, ja, irgendwo eine Vorstellung von dem, was, was er vorhat, ja, was sein soll, strategisch sozusagen, ja, ganz weit, ganz weit vorne, eine Vision, eine Unternehmensvision, also finde ich hier von Nell Asa wirklich sehr schön gemacht, ja, ein Vision Statement beschreibt, was ein Unternehmen in der Zukunft erreichen will, es ist auf einen längeren Zeitraum ausgelegt und fasst die Strategie, die Werte und die Kultur des Unternehmens in prägnanter Form zusammen, ja, Strategie, Werte und Kultur, die Visionen, so, und dann haben wir die Missionen, ja, was ist denn das jetzt, We deliver optional solutions to produce, store and distribute hydrogen for renewable energy, ja, das ist jetzt also die Mission, so, optimal solutions, ja, optimal solutions, das ist die Mission, ja, die Vision, das war empowering generations with clean energy forever und die Mission ist optimal solutions, das ist also ein klarer Auftrag an die Mitarbeiter, ja, die Vision, die ist noch etwa so ein bisschen so, das ist nicht direkt an die Mitarbeiter gerichtet, so, sondern das ist so eine Strategie, die sozusagen über allem fliegt, ja, aber bei der Mission, ja, da wird es schon konkreter, ja, da geht es dann sozusagen, Mitarbeiter, ihr habt den Auftrag, ja, liebe Mitarbeiter, ihr habt den Auftrag, das und das und das zu vermitteln, ja, eine Unternehmensmission, die Unternehmensmission eines Unternehmens entspricht einem klaren Auftrag an sämtliche Mitarbeiter, die Vision des Unternehmens und die Unternehmensziele zu verwirklichen, ja, Vision, Mission, in Abgrenzung zur übergeordneten Vision ist die Mission kein abstrakter Zustand, sondern bezieht sich auf das operative Tagesgeschäft, so, das ist also das, was man tagtäglich auch wirklich umsetzen und leben kann, ja, die Mission. So, schnell weiter, dann haben wir hier jetzt noch die Values, ja, was ist denn das jetzt? We believe simplicity is key, ja, und das ist, das, das finde ich toll, das finde ich total super, ja, simplicity, ja, ich bin ein dermaßen ein Anhänger von Einfachheit, ja, und Nell Asa ist es auch, liebe Leute, ja, und das gefällt mir eben sehr gut. Simplicity, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, okay, und das ist eben jetzt hier, das, das sind die Werte, das sind die Werte von Nell Asa, ja, es soll alles sehr, sehr einfach gemacht werden, ja, ganz einfach gemacht werden. This can be a real challenge when dealing with complex technologies, but we believe being a customer of Nell should be simple, also jetzt ein Kunde von Nell zu sein, soll alles ganz einfach sein, ja, es soll überhaupt nichts kompliziert sein, alles ganz, ganz einfach, ja. Ich weiß jetzt zwar nicht, was Sie jetzt da genau damit meinen, ja, aber ich schätze mal, die werden das dann auch schon umsetzen, ja, wenn Sie es hier schreiben, werden Sie das auch so weit wie möglich umsetzen, also ich glaube, das ist wirklich ein tolles Unternehmen, ja, also klingt alles sehr, sehr mit Hand und Fuß, ja, also nicht irgendwie so zusammengeschustert, sondern das, dieser Auftritt, der kann überzeugen, finde ich, ja. So, hier also die Values-Einfachheit, ja. Company Values stellen einen wichtigen Teil der Unternehmensidentität dar, ja, sie sind nicht nur die Grundpfeiler einer gut gelebten Unternehmenskultur, sondern zeigen den Mitarbeitern auch die notwendigen Richtlinien im Arbeitsalltag auf. Also diese Values, ja, und diese Mission, ja, das sind also Dinger für den Alltag, ja, damit man sozusagen hier diese Vision, damit die Vision im Alltag sozusagen abgewickelt beziehungsweise gelebt werden kann, ja. Dafür sind dann eben diese Values und Mission da, ja. So, dann haben wir hier noch die Betätigungsfelder, ja. Ja, noch ganz schnell jetzt, ja. Nell is a global dedicated hydrogen company, delivering optimal solutions for produce, store and distribute hydrogen for renewable energy, ja. Also, die machen also hier, die beliefern, also Nell deckt die komplette Wertkette von der Herstellung von Wasserstoff bis hin zu den Wasserstofftankstellen ab, ja. Also die gesamte Wertkette, Herstellung, Distribution und, ja, Abverkauf und Lagerung von Wasserstoff, ja. Also, sehr, sehr interessant. So, dann machen wir hier nochmal weiter. Hier sind die Segmente, ja. Nochmal jetzt die Ergebnisse, ja. Die Ergebnisse in 2020 nach Segmenten. So, da haben wir hier jetzt einmal die Elektrolyse, ja. Und die hat eben geliefert Umsätze von 337 Millionen, das sind jetzt norwegische Kronen, ja. 337 Millionen, ja, und das dann eben durch 10 sind, also 37, sind circa 33 Millionen Euro, ja. Also, das ist jetzt noch nicht so ein wahnsinns großes Unternehmen, ja. Das muss aber nicht schlecht sein deswegen, ja. So, dann hier Nell Hydrogen Fueling, ja, und das ist dann sozusagen der Wasserstoffabverkauf, ja. Und der hat geliefert 314 Millionen norwegische Kronen, ja. Ja, also hier, und dann haben sie hier Number of Employees, also Mitarbeiter in dem Bereich hier, Elektrolyse sind es 180 knapp, ja, oder 179 und hier sind es dann 200. Also, diese beiden Segmente sind in etwa gleich gewichtet, ja. So wie ich das aber jetzt hier sehe, haben die hier jetzt einen negativen EBIT da, ja. Also, das ist Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ja. Das ist das sozusagen, das ist mehr oder weniger das hohe Ergebnis, ja. Bevor dann irgendwelche Zinsen gezahlt werden und Steuern und Abschreibungen und Amortisationen kommen, ja. Also, das ist sozusagen der Umsatz minus die Kosten, ja. Das ist der EBIT da. Und der ist hier in beiden, in beiden Segmenten ist der negativ, ja. Das ist natürlich jetzt etwas schade, ja. Das ist aber im Grunde nicht, gar nicht mal so schlimm, ja. Da gibt es viel Schlimmeres, liebe Leute, ja. Also, negative, negative Zahlen, die sind, sind nicht immer schlimm, ja. Es kommt immer an der Börse, wird immer die Zukunft gehandelt, ja. Die Zukunft, ja. Was, was vergangen ist oder was heute ist, ist der Börse quasi egal. Es wird einfach nur bewertet, wie sich denn dieses Unternehmen in Zukunft, also wenn jetzt Wasserstoff wirklich mit ein ganz wichtiger Energieträger der Zukunft sein wird, ja, dann, dann wird eben dieses Unternehmen wahrscheinlich sehr, sehr stark wachsen, ja. Und das bewertet eben die Börse heute, ja. Und das ist ja völlig egal, was die jetzt in 2020 da für ein Ergebnis abgeliefert haben, ja. Das ist der Börse sowas von Schnurz, würde ich sagen, ja. Ja, also natürlich jetzt nicht total, ja, aber ich sage mal, negatives Ergebnis muss nicht unbedingt von der Börse her schlecht, schlecht bewertet werden, ja. Das ist kein Muss, ja. Okay. Also hier nochmal die beiden Betätigungsfelder, Fueling, ja, und Elektrolyse, das ist in etwa gleichgewichtig, würde ich sagen, ja. Ja, so, jetzt haben wir hier nochmal die Zahlen, Umsatz 2020 waren dann eben hier 652 Millionen NOK, also norwegische Kronen, Umsatz, ja. Ja, und dann haben wir hier eben das negative EBIT, ja. Ja, aber das Vorsteuerergebnis und das Nettoergebnis, das ist dann wieder positiv, ja. Ja, also da wird dann irgendwas passiert sein, wahrscheinlich mit irgendwelchen Steuererstattungen oder Steuergeschichten, ja, dass das dann plötzlich hier wieder positiv würde, das Ergebnis, ja. Also das ist, vielleicht gibt es ja auch Subventionen oder weiß der Teufel was, ja. Also auf jeden Fall haben die dann unterm Strich, ja, unterm Strich haben sie dann doch hier wieder ein positives Ergebnis erzeugt, ja. Und zwar ein ziemlich heftiges, ja, das sind also 1262 Millionen NOK, ja, das sind also 1,2 Milliarden, ja, oder dann eben 126 Millionen Euro wären das dann, ja, circa, immer circa, ja. Also, es sieht gar nicht mal so schlecht aus, ja, also Vorsteuern sieht es schlechter aus als Nachsteuern, ja. Auch sowas gibt es, liebe Leute, natürlich, alles gibt es, ja, in der Wirtschaft gibt es alles, da gibt es sogar auch negative Umsatzzahlen, wie wir im letzten Video gesehen haben, oder nein, im vorletzten war das, ja, zu den Wasserstoffaktien, ja. Es gibt auch negative Umsätze, natürlich. Alles gibt es, so, jetzt gucken wir uns mal schnell die Charts an, ja. Also, Nell Asa mittelfristig, ja, also das ist jetzt hier der Wochenchart, also eine, so ein Stäbchen, hier ist eine Woche, ja. Das läuft jetzt hier ex 2019, circa, ja. Und das Ganze ist jetzt hier in NOK, ja, also in norwegischen Konen. Also, heute notiert das, heute ist der 1. November 2021, ja, der 1. November, ja, und da notiert Nell bei circa 18,8, also knapp 19 NOK, ja, und das durch 10, das wird dann 1,9 Euro, ja, da müsste heute, da müsste heute Nell Asa circa notieren. So, und wir sehen jetzt hier folgendes Bild, ja, das ist in den letzten 1, 2, 3, 4 Wochen ist das hier kräftig angestiegen, ja. Also, diese Wasserstoffaktien, ich habe das auch bei den anderen gesehen, ja, die ziehen wieder an, ja, also das sieht gar nicht mal so schlecht aus, würde ich sagen, ja. Die starten hier hoch. Also, meines Erachtens, meines Erachtens jetzt alles mittelfristig, ja, mittelfristig, ja, also wenn man jetzt über Jahre investiert, ist das jetzt nicht so schlimm, ja, oder nicht so wichtig, aber jetzt, wenn man jetzt mittelfristig handeln würde, ja, da würde ich jetzt sagen, als Trader würde ich sagen, ja, hier bei 24 circa oder 23, oder sagen wir mal im Bereich zwischen 22 und 24 NOK, ja, da wäre dann mal für mich wieder ein Widerstand, ja, da würde ich, da würde ich aufpassen, ja, das habe ich hier mit diesem Kreis hier markiert, ja, und da würde ich aufpassen, ob der Kurs nicht umdreht, ja, weil wenn er da umdrehen würde und dann wieder nach Süden geht, ja, dann hätten wir hier eine sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Situation, ja, hier wäre eine Schulter, ja, da ist der Kopf hier oben und dann würde sich hier rechts noch eine Schulter ausbilden, ja, und wenn er dann hier runterfällt, ja, und dann unter die 12 kommt, also dann, dann sieht es nicht gut aus, nach dieser Formationslehre, ja, die muss natürlich, das muss hier überhaupt gar nichts so kommen, ja, und auch diese Formation muss nicht so aufgelöst werden, ja, das ist eben nur eine ganz, ganz bekannte Formation, ja, und es ist halt relativ oft, dass diese Formationen so aufgelöst werden, ja, aber das heißt nicht, dass es dann hier auch so ist, ja, also ich würde sowieso, also ich meine, ich mache ungern keine Prognosen, ja, ich möchte jetzt gar keine Prognose machen, aber ich könnte mir vorstellen, ja, dass die Aktie hier, also nach diesem brachialen Anstieg hier, ja, von 2019 auf 2021, ja, Anfang 2021, da ist die ja gestiegen wie blöd, ja, also ich würde sagen, fast das Neunfache, ja, oder auf jeden Fall das Achtfache, da hat sie natürlich, da hat sie natürlich wieder mal ausgeatmet, ja, und wieder ein bisschen konsolidiert, ich meine, man muss mal so einen brachialen Anstieg, wer soll denn da oben kaufen, ja, da kauft kein Mensch, also so ein Ding konsoliert schon mal, ja, und dann kommen hier auch immer sogenannte Fibonacci-Zahlen ins Spiel, ja, also manchmal ist es die Hälfte, ja, die Hälfte von dieser Strecke wird dann korrigiert, ja, das wären dann etwa 16, ja, das könnte so in etwa hinhauen, ja, das könnte so eine Fibonacci-Marke jetzt sein. Also, das sieht in meinen Augen gar nicht mal so schlecht aus und wie gesagt, wenn jetzt, wenn man jetzt auf die Technologie Wasserstoff setzt, ja, ich meine, das ist natürlich immer, das ist natürlich immer irgendwo eine, ja, wie soll man sagen, ja, das ist, das ist eine Wette auf die Zukunft, kann man sagen, ja, eine Spekulation, ja, das weiß keiner genau sagen, weil wenn man es genau sagen könnte, dann wird es keine Börse geben, ja, dann an der Börse, da werden eben Meinungen gegen Meinungen, ja, das ist ganz normal, ja, also man muss sich halt da ein eigenes Bild wachen, ich werde, ich werde hier auch noch mal ein paar Filme zu Wasserstoff machen und versuchen, dieses Bild noch etwas aufzuhellen, liebe Leute, ja, dass man da noch ein bisschen, ein bisschen mehr Wissen ansammelt, ja, ich, das kann man natürlich jetzt in so einem kurzen Film nicht alles erschlagen, ja, aber das kommt alles noch. Okay, so, hier noch mal die vier kleinen Wasserstoffunternehmen, ja, Nell, Plagg, ITM und Ballard, ja, die hat man ja im vorletzten Film schon mal erwähnt, ja, und dann hat man aber noch Linde dabei und hier sind jetzt noch mal die vier Kleinen noch mal aufgemalt, ja, und auch wieder Ex-2019, ja, und dann sehen wir hier eben, hier unten, dass da ist Nell und Ballard, ja, die sind ziemlich hier zusammen, relativ weit unten, ja, also die haben seit 2019 haben die mal gerade so ungefähr 400% gemacht, was heißt nur, liebe Leute, 400% in zwei Jahren, also das, da schlackert man mit den Ohren, ja, aber man schlackert noch mehr mit den Ohren, ja, wenn man sich Plagg und ITM anguckt, ja, die sind nämlich bei 2000 bzw. 1700%, ja, Plagg hat 2000 fast 100% und ITM hat 1700% gemacht, ja, und die ziehen jetzt auch hier kräftig an, ja, die ziehen auch sehr kräftig an, also, muss man sich angucken, ja, ich werde, ich werde, ich werde zu jedem dieser vier Filme, also einer ist ja jetzt hier dieser Nell-Film, ja, und ich werde zu den anderen auch noch jeweils einen Film machen, ja, und dann noch mal zum gesamten Wasserstoffmarkt, alles noch mal, ja, und auch diesen Markt mal abgrenzen zu anderen Märkten, ja, dass man da mal ein bisschen, noch mal ein bisschen hier Wissen aufbaut und ein bisschen Sicherheit mehr hat, ja, bei irgendwelchen Investitionsentscheidungen, also ich finde das eigentlich sehr gut, ja, ich würde natürlich jetzt nicht mein ganzes Vermögen da reinsetzen, ja, und ich würde das wahrscheinlich sogar auch mit Optionsscheinen handeln, wenn das irgendwie geht, das werde ich eruieren und werde im nächsten Film das mal mitteilen, ja, ob man da jetzt mit Optionsscheinen handeln kann und welche das vielleicht sein könnten, ja, ich gebe natürlich hier keine Anlagetipps, ja, das ist natürlich völlig klar, das ist natürlich jetzt alles nur hier Wissen, ja, Wissensvermittlung, ja, keine Anlageempfehlung, überhaupt gar nicht, ja, in der Börse kann immer alles passieren, ja, alles Mögliche kann passieren, die Zukunft ist total ungewiss, ja, also, das soll es gewesen sein, liebe Leute, ja, für den heutigen Film zu Nell Asa, bleibt einfach und bis bald, ja, tschüss, ciao und servus, goodbye.